Hallo zusammen, mein Name ist Tim, ich arbeite bei der Shiptec, gelehrte Elektroinstallateur und ich zeige euch heute meinen coolen Alltag auf dem Schiff. Let's go! Wir sind zuständig für die Elektroinstallationen. Wir ziehen die ganzen Kabel ein und verlegen. Von Fahrhebeln, vom Führerstand bis zu den Motoren. Wenn das Schiff in Betrieb ist, sind wir zuständig für die Störungssuche. Dann gehen wir auf das Schiff und suchen den Fehler und behalten. Schöner bei uns ist es eine Einzelartige Gerechtigkeit. Jeder kann ein Schiff flicken. Schöner ist auch, du siehst von Grund auf, wie ein Schiff gebaut wird. Du bist in der Halle, machst eine ganze Elektroinstallation. Am Schluss siehst du in das Schiff der Werft die Vorfahrt. Das ist ein sehr schönes Gefühl, wenn man sieht, was man hier gemacht hat. Der Beruf Elektroinstallateur ist ein sehr zukunftsreicher Job. Das ist eine sehr gute Grundbildung. Wenn man nach diesen vier Jahren anders machen will, hat man x Möglichkeiten dazu. Die Firma bietet auch an, dass man an anderen Seen arbeiten kann. Das kommt auch ab und zu vor. Ich finde das sehr schön, weil dann hast du ein komplett anderes Umfeld. Neue Leute. Das macht es auch sehr spannend bei uns. Genau das. Bei der Lehre als Elektroinstallateur hast du nicht nur einen coolen Alltag bei uns. Du kommst noch Ski an rüber. Du kannst gratis Schiff fahren, gratis Bänchen fahren. Ausserdem sind wir ein super cooles Team mit coolen Leuten. Wenn dir das alles zuspricht, dann bewirb dich jetzt auf diese Schnuppenlehre. Bis zum nächsten Mal.